Und den Streit um das Demonstrationsverbot von Dresden und die Sorge um die Versammlungsfreiheit kommentiert jetzt Stefan Rauhe vom Mitteldeutschen Rundfunk. Nein, ich möchte nicht in der Haut des Polizisten stecken, der dies in Dresden zu entscheiden hatte. Eine Morddrohung gegen einen Pegida-Vertreter. Ernst oder nur Bluff? Nicht auszudenken, wenn eine derartige Drohung ignoriert wird und das Schreckliche dann tatsächlich passiert. Dass jeder irrsinnige Gedanken auch Tat werden kann, das haben wir in New York, Madrid oder zuletzt Paris lernen müssen. Nicht zu vergessen der rechtsextremistische Terror der NSU hierzulande. Die Sicherheitsbehörden haben sich entschieden. Und so gibt es am heutigen Abend keine Demo in Dresden. Das ist nicht gut, aber nachvollziehbar. Die Demonstrationsfreiheit wird damit nicht abgeschafft. Alle Schlaumeier und Scharfmacher sollten sich mit Ferndiagnosen und Verdächtigungen sehr zurückhalten. Aber vielleicht hat diese Zwangspause für Pegida und Anti-Pegida ja auch etwas Gutes. Denn Gewalt, Hass und Hysterie sind nicht erst seit heute ein Thema. Wer die Demonstrationen der letzten Wochen beobachtet hat, der war erschüttert über so viel Verblendung, Wut und nur mühsam gezügelte Aggressivität. Die einen hassen Ausländer, Medien und Linke. Andere die Polizei, die Medien und die Rechte. Ein giftiges Gebräu, eine Menschenmenge, die sich nur noch anbrüllt und schon lange nicht mehr zuhört. Es gibt auch eine Gewalt der Worte und Gedanken. Und die ist genauso gefährlich wie die Gewalt der Tat. So paradox es klingt, vielleicht bringt die terroristische Drohung von heute viele wieder zur Vernunft. Abrüstung beginnt im Kopf. Schluss mit dem geistigen Bürgerkrieg in Dresden und anderswo. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!